Ich bin so erst seit 10 Minuten hier, ich bin das erste Mal hier, ich habe schon häufiger von der Freizeit gehört, weil die ziemlich coole Flyer haben und wenn sie die in der Stadt so aufhängen, sind das immer sehr geile alte Fotos, wo Frauen mit ziemlich abgefahrenen Frisuren drauf sind, da habe ich mir gedacht, ich mache auch mal einen kleinen Bienenkorb. Ja, ich lasse mich überraschen, auf jeden Fall mag ich die Musik umzusetzen, das ist ja sehr gerne und jetzt ist es gut. Also die Platten, die wir auflegen, sind sehr selten und deswegen liegen die vor allem in Deutschland nicht auf der Straße rum. Wir haben einige Trips nach Amerika gemacht, am Anfang hatten wir, es gibt Platten, die super sind, sehr sehr gut, aber es gibt vielleicht noch 20 oder 30 davon. Ich denke, diese Party ist großartig, es gibt verschiedene Leute, ich kam mit vier Leuten, zwei von Australien, eins von L.A., ich bin von Hawaii, und wir sind in der Train und haben jemanden kommen zu dieser Party, und unsere vier waren 8. Und sie sind von Rumänien, Bulgarien und Russland, also die Kultur und Diversität ist da, wir alle zusammenkommen, die Party ist in Seoul, wir machen ein paar kleine Musik zu machen. Das ist eine sehr interessante, ich freue mich, dass die Leute wiederinnern, was die Soul. und man kann zu spielen, das ist eine sehr antige Musik, aber man findet nicht in allen Bereichen. Der Ort ist sehr schön und super gut, dass es hier bei mir ist. Viele kennen die Originale nicht, die sie aber heute teilweise im Radio hören, nur zum Teil als Samples. Du gehst dort rein und die Leute sind wirklich am vibrieren, das geht rauf und runter, alles schwitzt, alles bereift sich aneinander, das kann ich wirklich nur weiterempfehlen, Rock'n'Roll. Das war's für heute.